so und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von let's play more und k2 am mikrofon begrüßt euch wie immer euer omnibus fahrer wir nehmen den rennmodus dann lässt es mir schon wieder die ohren weg wir spielen ein spieler meisterschaft in der leistungsklasse 150 kubik wir fahren ja was fahren wir denn fahren wir den moorfrosch wir fahren den kröpf den hengen wir fahren diesmal das lesshuhn und wir fahren auf einer zufälligen strecke wir fahren auf insel in ägypten im sumpf und im winter und legen los und auf geht's da zur seite du schneemann ich schmeiß dich raus aus dem fenster geht mal alle zur seite und lasst das moor und das lesshuhn nach ganz vorne sehr schön so gefällt mir das als erstes platzieren wir hier wieder ein loch damit die anderen sich so richtig schön freuen und den boden von unten erkunden können wir verwenden natürlich als nächstes eine turbodose die rakete schießen wir jetzt nicht aber ich bin natürlich nicht bescheuert und das kartas schmeißt sich schon wieder durch das fenster das schmeiß ich schon wieder durch das fenster weil schon wieder durch das durch die luft fliegt wieso ist der jetzt hinter mir wie kann der so schnell schon wieder hinter mir sein hat der etwa eine schnellschmerztablette genommen ich schmeiß den aus dem fenster aus okay das loch ist zwar nicht ganz perfekt platziert aber es ist auch in ordnung jetzt ist schon wieder der hinter mir weil ich so lange an der kurve getrödelt habe man da muss ich unbedingt noch mal am fahrstil arbeiten das geht so nicht dankeschön ich setze mich einfach wieder zurück jetzt weiß ich auch dass ich mich mit der entferntaste wieder zurück auf die auf die platz setzen kann position zwei sehr schön den davon erwischt und da werde ich gleich noch einen eine lachschmerztablette in den weg setzen und natürlich das löcherige loch bitteschön den schutzschirm werden wir später noch brauchen ah nee ich bin doch so blöd die fahren doch den die abkürzung gar nicht jetzt fahre ich wahrscheinlich dann beim nächsten mal selber in meine eigene falle hinein jetzt wollte ich gerade noch links rüber fahren in den graben und stattdessen hat mich jetzt die rakete schon getroffen dankeschön aber das bekommt der schneemann zurück der sie schon wieder abgesetzt hat siehst du da da vorne ist er schon da grinst du schon wieder vor sich hin was der schießt einfach nach hinten eine knallschmerztablette grünschmerztablette du bist du schneemann wir müssen uns dringend noch mal im ziel unterhalten nein ach komm ja herrsch auf zeit was ist denn heute mit mir los kann ich denn nicht gescheit fahren oder was ei 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 wehe es schießt jetzt jemand der rakete dann bin ich geliefert so schnell kann ich wahrscheinlich meinen regenschirm gar nicht auspacken wer hat das loch dahin gesetzt war wahrscheinlich ich selber nicht so fahren die da nicht rein es ist jetzt rein hier noch ein loch hin wird was sagen hier so hehehe na freund sie sich drüber nein 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 auch käse jetzt lass mich durch hier jetzt kommt von hinten der ganz schnelle omni was macht das mohrhund vorne vorne ist der platz des schneemanns äh ne des omnis was hat jetzt hier diese die bauchschmerztablette zu suchen habe ich der das erlaubt dass er mich dass er hier nach vorne kommen darf setze ich mir lieber hier diesen helm auf morha hund wir unterhalten uns drüben im ziel nochmal unter zwei augen das geht so nicht jetzt wollte ich gerade sagen von hinten kommt die gerechtigkeit hat sich bis nach ganz vorne geschafft So eine Sauerei. Nochmal eine Gerechtigkeit von ganz hinten. Aber die wird es auch nicht schaffen. Und ich muss mich geschlagen geben, dass Mohun als erstes im Ziel ist. Nur gut, Zweiter ist jetzt auch nicht so verkehrt. Weil ich muss hier ins Mikrofon reinbrüllen. Das ist doch der Wahnsinn. So, auf zur nächsten Strecke. Gut, hier kann man es natürlich auch entsetzen. Also, ich hoffe, da fahren sie bald rein. Ich muss jetzt hier noch ein bisschen trainieren für unseren großen Mohun-Kart-Sonntag. Nächste Woche ist es ja soweit. Am 27. 27. Neu-Tag. Großer Mohun-Kart-Stream. Jeder kann da mitmachen. Aber bis dieses Video rauskommt, ist der Stream wahrscheinlich schon gelaufen. Wobei, ich könnte ja diese Folge, weil die Folgen bauen ja nicht aufeinander auf. Ja, dann setze ich einfach diese Folge hier in die nächste Woche rein, weil ich sie heute am Sonntag aufnehme. Und, ja, also wie gesagt, wer mitmachen will, ist recht herzlich dazu eingeladen. Am 27. Neunten Sonntag Um 15 Uhr geht's los. Mohun-Kart. Die Steam Edition. Da fahren wir dann alle miteinander. Kann jeder mitmachen, wie gesagt. Und ich fahre natürlich wieder durch die Items durch. Was mache ich für ein Blödsinn? Ne, jetzt kommt der Bauchschmerz. Grußtablette. Irgendwas. Von hinten. Nein, 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 nein. Boah. Ja, ha, 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 ha. Das nenne ich mal Gerechtigkeit von hinten. Sehr schön. Sehr schön. So, wo setzen wir jetzt hier das Loch hin? Ich würde mal sagen, hier. Der fährt da einfach durch, grinsend und, äh, boah. Na, warte. Pumpkin. Wir werden uns ganz dringend nochmal im Ziel unterhalten. Unter zwei, vier, sechs oder acht Hühneraugen. Nein. 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 Wieso fahre ich in die falsche Richtung? Was ist mit mir heute los? Das ist ja noch nie passiert. Jetzt schnappst du einfach mein Geschenk weg. Dankeschön. Die zwei da vorne betteln sich auch schon wieder gegenseitig. Aber nicht lange, denn der Omnikom ist auch noch ins Spiel. Und fährt mit Blaulicht an euch vorbei. Na, dankeschön. Jetzt kommt wieder die Bauchschmerztablette. Mann, Mann, Mann. Du mich auch. Moorhuhn. Ah, da ist der Pumpkin festgehängt. Sehr schön. Jetzt ist wieder ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem Omni und dem Moorhuhn. Du mich auch. Geh zur Seite. Und schau mich nicht so komisch an. Hier kann man es dann natürlich perfekt einsetzen. Die Schnellschmerztablette. Nein, 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 nein. Oh. Es rutscht wie furchtbar. Es rutscht wie auf Schmierseife, das Kart. Und wir setzen hier noch ein X hin. Dankeschön. Komisch, dass man da immer diese lachenden Geschenke kriegt. Genau an dieser Stelle. Aber schön, dass man sich hier dann natürlich auch gleich gut platzieren kann. Letzte Runde. Leute, es wird spannend. Und vor allem, es ist spannend, weil hinter mir ganz viele Moorhuhn-Karts noch unterwegs sind. Ich glaube, ich sollte mich hier drin jetzt verstecken. Der kommt jetzt aber nicht hinein, oder? Scheibenkleister. Boah, jetzt wird es knapp. Leute. Knapp hinter mir sind noch weitere Moorhuhn-Karts unterwegs. Schauen wir mal, ob wir dieses Rennen gewinnen oder nicht. Nein, ich fülle eigentlich eine Schnellschmerztablette. Nein, ich fülle eigentlich eine Schnellschmerztablette. Nein, auch Herrschaftszeiten. Dankeschön. Nein, nein, ey, Pramkin, ich schmeiß dich aus dem Fenster raus. Du hast da vorne nichts zu suchen. Boah. Gleich weiter zur nächsten Strecke. Ist denn das zu fassen? Ist denn das zu fassen? Eine Strecke, die es in sich hat. Gerade in der 150-Kubik-Klasse. Wow, jetzt hätte ich sie fast nicht gehört. Die Rakete. Boah, ich schmeiß alles aus dem Fenster raus. Das gibt es doch nicht. Grünschmerztablette. So, Leute, Gegner, jetzt kommt mal zu mir vor. Also, ich meine, wartet mal, bleibt mal stehen. Damit ich euch die Grünschmerztablette vorbereiten kann. Leider ist sie jetzt schon wieder weg. Aber da kommt die Gerechtigkeit von hinten. Und wird sich, äh, wird den anderen ihre Gerechtigkeit spüren lassen. Ich setze hier noch eine Turbodose ein. Ja. Da haben wir es schon wieder weg. Nein. Käse, Käse. Nein, 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 nein. Ja, herrsch auf Zeit. Ich fahre neben der Strecke. Warum trifft die mich dann trotzdem? Und schon wieder das nächste. Geil. Wunderbar. Gleich die Bauchschmerztablette von hinten. Das ist sehr gut. Und noch eine. Das siebter. Ey, das ist heute echt nicht mein Tag. Das ist heute echt nicht mein Tag. Gleich noch eine, äh, Postkarten-Trust. Du hast mich, du gehst in den Weg hinein. Geh aus dem Weg heraus, äh, Schneemann. Es ist ja immer der Schneemann. Immer ist es der Schneemann. So, und das Loch habe ich falsch platziert. Dankeschön. Was machen die anderen jetzt schon wieder hier so nah bei mir? Dankeschön. Au. Mann. Also heute geht's auch, das ist doch, das ist doch nicht mehr normal. Und schon wieder bin ich siebter. Das kann ich nicht auf dir sitzen lassen. Leute, wir müssen uns unterhalten. Dankeschön. Also der Sumpf, das ist, der Sumpf ist die letzte Katastrophe. Der Sumpf ist echt die letzte Katastrophe. Und er macht wieder überkarrt, was es will. Und nicht das, was ich drücke. Ja, jetzt hier zum Beispiel wieder. Fliegt einfach durch die Gegend. Obwohl ich es ihm nicht erlaubt habe. Es hat keinen Flugführerschein gemacht. Und trotzdem fliegt es durch die Gegend herum. Dann schmeiß ich es gleich aus dem Fenster raus. Dann lernt ich mal richtig, das Fliegen. Ja. Ich schmeiß es aus dem Fenster raus. Bleib stehen, Mohun. Lass mich wenigstens an dir noch vorbei. Ach, es gibt noch eine Runde. Sehr schön. Dann ziehen wir doch einfach mal Gekont an den anderen vorbei und fahren in den Abgrund. Das Blaulicht tut's auch. Ne, das Blaulicht tut's nicht. Mann, was ist mit dem... Wieso hat der auch ein Blaulicht auf? Darf der das? Warte. Jetzt gebe ich dir gleich eine Grünschmerztablette. Ich hau' den Kasten aus dem Fenster. Ich hau' den Kasten sowas von aus dem Fenster. Geh zur Seite, du Grünschmerz. Frosch. Ey, Frosch, sag mal, bist du noch von allen guten Geistern... Äh, bist... Äh, sind bei dir noch alle guten Geister drinnen? Jetzt hat es sich ausgefroscht. Scheiße. Und schon wieder ist der da. Der ist wie eine Klette. Der ist wie eine nervige Klette, der sich einfach an mich herangeklettert hat. Da freut er sich, der Frosch. Und die anderen sind schon wieder im Ziel. Ist ja geil. Äh, überhaupt nicht geil. Aber wir haben vielleicht noch die Möglichkeit, im Winter ein bisschen was zu reißen. Weil im Moment sind wir auf Platz 3. Im Winter müssen wir auf jeden Fall auf den ersten Platz, weil sonst wird das nichts. Nächste Strecke, letzte Strecke. Und auf geht's. Nein, wo habe ich das jetzt hingeschmissen? Da gehört das Loch nicht hin. Es freut mich gar sehr, dass mich diese Turbodose nicht nach außen katapultiert hat. Aber Vollgeist gegen die Wand zu fahren ist trotzdem nicht sehr angenehm. Vor allem, wenn es gerade kein Airbag hat. Aber das macht dem Moorhund, dem Lesu nichts aus. Es lässt sich dadurch nicht aus der Ruhe bringen, sondern fährt einfach weiter. Gekonnt und gechillt an der Stufe Spitze, an der Spitzenplatz. Ey, was ist denn mit dem Kart los? Ist da der Motor eingefroren oder was? Das fährt wie ein Schuhkarton. Das fährt sich wie ein Schuhkarton. Das ist doch nicht mehr normal. Oh, aber Leute, was mein ihr? Das ist doch echt nicht mehr normal. Ich kann nur hoffen, dass die jetzt durch meine Fallen durchfahren. Weil besonders schnell wird man hier nicht. Oh, aber Leute, was mein ihr? Du Grün-Schmerz-Scheiße, ich schmeiß dich aus dem Fenster raus. Keine Grün-Schmerz-Tablette. Aber der Gerechtigkeit kommt von hinten. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. So, mach du. Sehr schön. Nein, jetzt kommt die andere Gerechtigkeit von hinten. Die Ungerechtigkeit von hinten. Uh. Immer gut, wenn man einen Schutzhelm dabei hat. Ist natürlich blöd, wenn er jetzt nicht mehr lange hält. Na doch. Lang genug gehalten. Sehr schön. Komm, fahr zu, du Karte. Ich schmeiß dich gleich aus dem Fenster raus. So, komm, einmal müssen wir es noch auf Platz 1 bleiben. Einmal müssen wir es noch schaffen. Ah, wir sind replatziert. Und schon wieder die Postkarten-Gudos von ganz hinten. Dankeschön. Sehr schön. Da ist er auch nach draußen gefahren. Und gleich noch ein Blaulicht eingesammelt. Und gleich noch ein Blaulicht eingesammelt. Dabei ist es sehr schön. Und gleich mit Vollgas weiterfahren. Vielleicht schafft man es ja doch noch auf Platz 1 ins Ziel. Es sieht gar nicht mal so schlecht aus. Also die Wahrscheinlichkeit, als erst ins Ziel zu gelangen, ist auf jeden Fall über Null. Das heißt, wir sind auf dem zweiten Platz. Immerhin. Imponierendes Ergebnis. Du überlegst den zweiten Platz. Darüber bin ich zufrieden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und wie gesagt, am Sonntag, 27. Äh, 9. Um 15 Uhr. Äh, gemeinsames Mondkartfahren. Im Stream. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Euer Busfahrer. So, dann war's das auch schon wieder für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch auch diesmal wieder Spaß gemacht zuzuschauen. Und wenn ihr noch weitere Videos sehen wollt, dann schaut doch einfach mal rein in meinen Kanal. Ob ihr was findet in der entsprechenden Pläne. In diesem Sinne. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer Busfahrer. Bis zum nächsten Mal.